Tolles Geburtstagsgeschenk, Schlittschuhlaufen. Das hab ich gehört! Mama? Der Junge, von dem ich spreche, ist heute Geburtstag. Er ist 16 Jahre alt. Gott! Gott! Der war doch gerade da! Der war gerade da! Das heißt, ich befürchte, Karl, dass du ein Spenderorgan brauchst. Was? Ich kann meinem Sohn nicht helfen, weil ich nicht seine Mutter bin. Hast du mich geklaut? Ihr Sohn ist bei dieser Frau. Bei seiner Entführung? Ja. Aber sie ist trotzdem meine Mama. Das ist deine Mutter! Wohin wollen sie denn fliehen, Frau Moser? Wenn die Polizei eine Fahndung ausschreibt, die werden sie fliehen? Man wird uns nicht finden. Dafür hab ich gesorgt. Als Arzt muss ich ihn von diesem Eingriff abragen. Aber dann stirbt mein Sohn. Wir haben maximal 48 Stunden Zeit für die Transplantation. Herr Richthofen, was soll ich hier sagen? Bitte. Okay. Frau Moser! Ja? Das ist eine gute Idee! Herr ist einiger Jahr für den Tag, der wir uns zusammen mitgehen. Ja! Da bin ich immer wieder! Da bin ich wirklich. Ja, ich bin immer wieder. Ja, ich bin immer noch mit mir. Ja, ich bin immer wieder. Ich bin ja immer wieder. Ja! Ja, ich bin immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020